der Wurst ihrer Bedrohung das ist eine schon die dritte Folge heute wieder am Start ist Mr. Mariel die 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 hier die die müssen nur fünf Klicks machen und die Gründe machen und ja auch nicht immer mehr als dann laufen alle auch nicht ins Bett an Leute mit den Menschen an die wahrscheinlich nur englisch können Baut bitte das Bett ein, Leute. Schaut mal. Los. Schreib mal das überhaupt so. Was ist los? One won't be friend. Oh, das kann ich nicht schreiben. Ah ja, baut schon ein Holz an, aber ich die zweite Schicht in Holz. Nein. Schöner, Freund. Aber baut bitte auch einen Endstone. Oh Mann, der macht das weg. Hey. Hallo. 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 Da ist die Idee. Mach dir, mach dir. Ach so, hier. Ach so, ich soll es geben. Ah, ich bin schlau. Ich bin nicht bildet. Irgendwie. Oh, ich hab schon fast wieder Feuerball gegessen. Oh. Oh, der hat den Kaffee. Schau, was er angestellt hat. Ja, noch früh, ich stelle dich da so. Okay, direkt im Bett ist schon. Also im Bett ist schon. Los, kommt. Los, kommt. Los, kommt. So, hier. Ich mach mich mal hier. Hallo. Buddy, Buddy. Wo bist du, mein Friend? Hallo. Hallo. War du ein? Ich kann das nicht. Ich hab einen Feuerball. Ey, wir können uns richtig gut aus. Wir sind richtig gute Freunde. Und was ist hier dran? Wer schafft man diesen Sprung? Ich hab alles zu lieb. und unter den Gegenden auch. Grüner, ich schlage ihn. Ja, ich kann nicht. Alle. Ein Platz für den Kaffee. Die beiden haben Klopp gemocht. Ja, ihm klack gemacht. Das denkst du. Was ist hier drin? und ich kann ich kann nicht gegen drei kämpfen kann ich gegen zwei ich glaub das war ist das bett muss teil 1 mit vero felipe es könnte ich gegen zwei kämpfen und gegen drei hallo er kommt man die steinschwert immer das steinschwert mehr da kommt uns der Rat der roti 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 der Konferenz wahrscheinlich und hat wo er jetzt nicht mit dem Leben der Abschiede wir brauchen 18 Prozent haben Ab ich hab' ich er hat die Welt die Erlacht erstmals Geld ist doch schon gut die Angelegenheit und die Angelegenheit und hat dieser kann nicht die Barmherr was auch wenn er ein paar Kräger aus Karte. Gut ist bei uns. Ja sauber! Platt gemacht! Sauber! Zwei kielst du aber keine finale. Da da da. Da 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 da. Eich komm! Komm, was macht ihr denn? Bitte, stirb! Wir müssen mal rot nerven. Rot riegt richtig aus. Nein, rot, komm mit! ich habe einen Grunde gekippt mit der Unterrichtung er wollte mit mir baden Baden im Jahr auf die Jagd ist er noch da? Nein ja warum sagst du es nicht warum Sprinter hinter mich her und ich hab gesagt roten Nerv ohne Ende Mann die 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 jeder ist der gleich die Dich er hat schon nein sagt das kann ich noch und waren mit dem block die die langen ist auch noch schon keine ahnung bis hin Junge, ich... Immer Rüstung. Ich hab keine Rüstung. Ja, die sind aber großer Finger, und ich will nie Rüstung kaufen. Ich will ja, aber ich kann die. Immer wenn ich Rüstung kaufen will, dann kommt die der Nervenseite. Du brauchst immer Rüstung heute. Kannst du so schöne Ei-Rüstung kaufen? So gut, fängt so schön. Ja, okay, okay. Aber die fängt so richtig. Ich wollte nicht die Besichtige Ei-Rüstung. Ich hab bestimmt schon. Ja, was ist noch? Die Leute sind bestimmt schon bei den Dier. Die Leute sind bestimmt schon bei den Dier. Die Leute sind bestimmt schon bei den Dier. Oder tschuldigung, der hat Bock auf mich. Der macht schon. Hey. Mein. 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 Gib sie in der Änderung der Tiefen. Hier. Wo ist die Änderung der Tiefen? Wo ist die Änderung der Tiefen? Nun, mir sieht man sie am Anfang nicht. Von los. Schon fast alle Rüstung. Angelegen. Geht auch weg mal nach. Roll. Abfall. Und ich nicht. Das war's ideal für die Dier. Ich hab jetzt Angst. Hauber und schlau. Ja, das ist ein bisschen schlau, oder? Flau. Das ist schon zweimal in der ersten Klasse. ich bin aber aber du nervst mich was würde ich gleich ein Feuerball auf das Bett von ihm das Bett ist noch frei das Bett ist noch frei von dem warum blütscht ihr euch nicht darüber das Bett ist frei Patte komm mal pass auf uns im Nein, ich auch nicht. Ich krieg das weg. Ich hab noch einen Feuerball geworfen. Das geht easy, das geht easy. Ich hab alle Tools auf. Komm, die Bette haben wir immer noch nicht eingebaut. Lauf, lauf um dein Leben, laufen um dein Leben, laufen um dein Leben. Ich tue mir nix, ich gehe einfach nur an. Was gehen die Leute auch in die Mitte? Nein, ich bin runtergefallen, das Bette ist immer noch nicht eingebaut. Oh Gott. Die bauen, die bauen, eine bauen es wieder ab. Los irgendwie. Das ist eine komische Runde. Nein, 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 dein Leben. Bett weg. Ja, sauber. Bett weg, Bett weg. Die Jungen, die bauen das Bett nicht an. Ich hab eben das Gefühl. Der eine baut eine und der andere baut es wieder ab. Das ist echt so, weil die haben angefangen an zu bauen. Ja, am Anfang endst du ohne Weihbaut. Baut es der eine wieder ab. Dann gehen wir gerne mal schlau'n aufs Ohr. Ja, einer schon mal runter. Die gehö... Das ist gegen sie. Das war auch cleverer. Der hat ein Schwert. Das kann ich nicht killen. Dann lagen zwei Smaragde. Bei denen, wir müssen sie killen. Ich hab eben das Gefühl, der eine ist gegen sie. Ich will mit den anderen Crossfee oder so. Dann hier doch mit, das war gebraut. Ich muss zu denen rein, die haben zwei Möchte. Ich hab den einer, der andere Kopf und nach. Hast du mit, hast du mit, 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 mit. Ich weiß, mit, mit. Hast du, mit, 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 mit. Hast du, 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 mit, mit. Hab, ah, der hatte ein Herz. Ich hab' den aber nicht einmal getroffen. Du mit, Herr Hütte? Ja, macht das. Schon, geh' aber auch. Das geht mir nicht. Die blauen die werden schon irgendein meiner himself falsch sanft. In Springen, von Colosseum, runter. Jetzt mehr los. Los. Joakums. die rote Jahrzehnte und bitte für mich erneuert es gibt oben Emmerals ja da wo du bist ich hab da liegt ein Diab den Weg nicht nehmen, weil ich bin... Oh, warum ist der Feuer? Jetzt kann man, wenn es jemand ist. Nee, ach so, es ist nicht mehr. Es gibt nur zwei Dias, oder? Es gibt nur zwei Dias, oder? Nee, es gibt nur ein, zwei, drei, vier, es gibt vier. Aber außen, außen. Ich bin nicht in den Dienst. Komm mal! Da, wo du in die Mitte gekommen bist. Ja, das war ja hier durch unseren Weg. Ja, okay, go, zuerst mal. Geh, das ist gut, sag's gut. Geht nichts rein. Bitte lach mir in meine Emelie. Okay, nicht ganz genau, was ich mir in die Mitte sehe. Ich weiß, was... Bitte schnell. Schnell, 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 bevorzulehenden. Oh nein, ja, nein, 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 der blaue, der blaue kommt für uns, blau kommt für uns. Und das ist, glaube ich, das kommt. Und das ist, glaube ich, das kommt. Ich habe zwei. Zweimal, zwei. Nein, nein. es ist ja nicht und hier ist es nicht und ich habe zwei Schmerz diesmal machten durch die Kopenhagen wie heißt es um die jahren auch noch weil mit den Betten eingebaut haben wenn sie erst mal zwei und ich bin ein bisschen aus der Flucht das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen da ist so ein bisschen bitte hilf mir jemand bitte hilf mir jemand komm 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 da ist der hinten jemand die Bühne ab aber warte mal die haben noch ein bisschen Zeit im Willen das ist dann wie die anderen Bettner machen wir dann Platz wenn wir dann noch die es dauert ewig ab ich hab sechs Emorals schon und nur noch zwei schnell lauf, lauf um dein Leben, lauf um dein Leben Raphael lauf um dein Leben bevor die Mauer anders wegnimmt bist du in der Mitte? nein nicht nein ich werd von deinem Kunde geholt der Rösch ist ja nicht zu uns nein, 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 nein wir brauchen in deinem Leben wir brauchen unbedingt zwei Emirates in der Mitte zu einer nachtiger Kacke-Grüner äh doch ein Rösch zu uns doch zumindest war der mein Dürer ist ja der hat die Füße vor Ort das war der Großteil Pass auf, ich habe nur noch sieben Herzen weil er auch ein Wort und vor allem wieder auch auf nein, nun damit wird erledigt haaa, ja, 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 ja wie viele Feuerwelle hat dieser Arzttyp denn? was? ihr? das kann nicht hilf mir jemand komm dich noch auf nein, jetzt kann ich dich nicht mehr auf einbauen Hilfe, Patrick Hilfe, Patrick ja, dann ich war doch immer noch blocken noch keine Blöcke das vor allem ist es aber als frei ich komme doch nicht mehr hin, hallo ich will jetzt Endstone einsammeln haus mir nicht oh danke das ist der Falle, da kommt man nicht hin, ich hab unendlich Angst, ne? Ich hol mir jetzt zwei Emirates. Ich hoffe, dass er nicht immer noch bekommt. Ich geb ihn dann, oh nein, der kämpft da immer noch. Mann, wieso kann ich ihn nicht schlagen, diese verdammte Sau, Mann? Der war noch zehn Stunden lang. Ich hab jetzt die Arme gegründet. Boah, ich hab ein bisschen. Lauf in dein Leben, lauf in dein Leben, lauf in dein Leben. Oh nein, ich muss immer im Leben laufen. Jam, 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 jam. Oh, Grün kommt, Grün kommt von Dias. Von uns, von Dias. Der hat so viele Feuerbälle und fällt runter. Muster! Nein! Oh, Jungemannschaft ist es. Hilfe! 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 Muss einen Block hinter mir unterwischen! MIR EIN! Mann, nur weil es gepackt hat. Lernkantel Lernkantel mit den Blöcken stehen es ist so schlimm diese ganzen die Box aus nicht jetzt nicht ja wohl ich mir auch schon mal an die Städte schon wieder aus Kander du kannst doch eh Die kämpft auf den Bier. Tschüssi. Sehen uns. Oh, ich hab meine Blöcke weggeschmeißen. Da unten sind Blöcke. Schau mal. Ich kill dich jetzt wegen der Ball mit. Hallo. Ich will mit dem Kurs team. Du bist doch immer mit. Oh ja, von hinten kommen die Mannschaft. Kann mir jemand mit der Mitte helfen? Alle Gründe sind in der Mitte. Das kann ich nicht machen. Ah! Ich hasse diese Typen. Ich will sowas von viel. Das ist doch gut. Ich meine... Ich hasse jemanden, komm mal nie mehr raus. Halt dich jemand anders geboren. Ja, klar. Ja, komm, mach die Dämpfe, da merkt die Nerven. Mann, springt nach Waffen. Und nutzt denn... Leute, was hat ja angestellt mit einem Waffen, dann hätte ich gemerkt werden. Wer diesen bescheuerten Typen, hätten die den Back nicht ausgenutzt. Werden gewonnen. Werden gewonnen. Werden gewonnen. Wir hätten die nicht so den Back ausgenutzt. Was für den Back haben die ausgenutzt? Ja, dass ich da rumgeschwommen bin mit zwei Emmels. Und dann haben die mich abgeschwommen. Das war's, Leute. Abonniert gerne meinen Kanal. Schaut gerne bei Oskrub vorbei. Lass ein Abo und Like da. Bis bald und ciao.